Christian Schäffler ist ein deutscher Handballspieler. Schäffler, der mit der Rückennummer 13 auflief, spielte meist auf Linksaußen. In der Jugend begann Schäffler beim Niendorfer TSV mit dem Handballspielen. Noch in der Jugend wechselte er zum TSV Ellerbeck. Seine aktive Karriere begann er 1991 beim THW Kiel in der Handball-Bundesliga. Nach zwölf Jahren beim THW Kiel lässt er seit 2003 seine Karriere beim Polizei SV Kiel ausklingen. In seiner Zeit als Bundesligaspieler erzielte er in insgesamt 318 Bundesligaspielen 935 Tore, davon vier per sieben Meter. Für die deutsche Nationalmannschaft, mit der er an den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta teilnahm, bestritt Schäffler 49 Alländerspiele, in denen er 107 Tore erzielte. Schäffler ist von Beruf Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Er ist mit Anja verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. Aktuell ist Christian Schäffler Trainer der männlichen D1 beim TSV Grundshagen. Erfolge 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 Erfolge